Spätestens seit der NSA-Affäre wissen wir um die Möglichkeiten, unsere digitalen Fußspuren zu verfolgen. Aber erst seit bekannt wurde, dass selbst Kanzlerin Angela Merkel abgehört worden sein soll, ist das Thema Privatsphäre und Datenschutz stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Werden auch unsere Telefone abgehört, unsere Handys angezapft, die Internetaktivitäten mitgeschrieben? Und wie schwierig ist das überhaupt? Um für die Zukunft gerüstet zu sein, braucht die Gesellschaft eine neue Generation Wachpersonal. Und sie könnten die neuen Privatdetektive des Internets werden, die IT-Sicherheitsexperten, wie sie die SRH-Hochschule in Heidelberg jetzt ausbildet. Liebesnachrichten, Geheimnisse, sensible Daten, Wirtschaftsinformationen. Darauf haben es Spione abgesehen. In Zeiten der totalen Vernetzung arbeiten sie ganz bequem von der Couch aus. Ein paar Elektronikmodule und Programmierkenntnisse ersetzen waghalsige James-Bond-Abenteuer. Sie haben leichtes Spiel, denn einerseits profitieren sie von der Arglosigkeit ihrer Opfer, andererseits mangelt es an fachkundigem Personal, das Lausch- und Hackerangriffe präventiv verhindern könnte. Hier setzen die neuen Ausbildungsschwerpunkte der SRH an. In letzter Zeit spielt Kommunikation und Missbrauch von verschiedenen Diensten immer eine größere Rolle. Und deshalb haben wir reagiert und jetzt auch IT-Sicherheit in unsere Studiengänge in der Elektrotechnik und Informationstechnik mit aufgenommen. Als Katalysator für ein wachsendes Bewusstsein von IT-Sicherheit in Deutschland dient die NSA-Affäre. Dazu holt sich die SRH-Experten ins Haus, etwa Dr. Paschalis Papa Gregorio. Er entwickelte bereits 2009 ein Smartphone, das die Daten der Bundeskanzlerin durch Verschlüsselung schützte, das sogenannte Merkel-Phone. Es sicherte E-Mails und Kalenderdaten gegen unbefugten Zugriff, nicht jedoch die Gespräche. Den Studenten gewährte der Experte Einblick in die Herausforderungen seines Geschäfts. Die jetzigen Lösungen, die man als sicher betrachten kann, die von der Sicherheitsindustrie angeboten werden, haben einen sehr hohen Preis. Und da kann ein normaler Verbraucher diese Preise nicht bezahlen. Und außerdem gestalten sind diese Geräte auch einer älteren Generation, also mindestens drei Modelle zurück, wenn man ein echtes, sicheres Gerät haben möchte. Auch Dr. Carsten Nohl, ehemaliger Elektrotechnik-Student der SRH, ist einer der Referenten zu diesem Thema. In diesem eindrucksvollen Versuch zeigt er, wie leicht schon ein Nachbar oder Bürokollege Handykommunikation anzapfen kann, indem er die Daten eines Handymastes abgreift. Ich verbinde jetzt diese Telefone mit dem Computer, sodass die Telefone alle Daten, die sie von der Zelle empfangen, häufig verschlüsselte Daten an den Computer weiterreichen. Der Computer ist dann dafür zuständig, die Daten zu entschlüsseln und zum Beispiel den Text der SMS wieder zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel eine SMS ausgetauscht wird, sehe ich das hier am Bildschirm. Jetzt zum Beispiel die roten Zeilen hier. Zack. Eine SMS gesendet an diese Nummer 0179 und so weiter mit dem Text. Hey, wollte dir ein Geheimnis erzählen, erzähle es dir dann aber lieber persönlich. Gute Entscheidung, man sollte keine Geheimnisse über SMS austauschen. Ich bin froh, dass die NSA-Affäre endlich das Abhören von wichtigen Informationen wieder in eine öffentliche Diskussion bringt. Aber die NSA ist natürlich nicht der Hauptgrund, sich zu sorgen. Jeder Kleinkriminelle, jeder Hobby-Elektroniker, im Grunde jeder mit Internetzugang, kann sich die nötigen Informationen zusammensuchen, um seine Nachbarn oder auch Industriebosse abzuhören. Neben dem Schutz von Privatpersonen wird der Schutz von Wirtschaft und Regierung in den nächsten Jahren zu einem zentralen Thema werden. Hier müssen Ingenieure und Programmierer Hand in Hand arbeiten, um Mechanismen zu entwickeln, die einen hohen Sicherheitsstandard gewährleisten. Es gibt natürlich an verschiedenen Hochschulen zu diesem Thema IT-Sicherheit Angebote. Die meisten beziehen sich aber auf die Softwareseite, wobei natürlich auch die Hardware-Elektronik entsprechend ausgerichtet sein muss, um diese Sicherheit zu gewährleisten im Rahmen eines Gesamtpakets. Der Markt für Cyberschutz oder auch der Markt für Cyberkriminalität, die zwei wachsen ja in gleichem Maße, beide wachsen enorm schnell. Die Kriminalität ist uns derzeit ein Stück weit voraus, einfach weil schneller organisiert und weil dynamischer am Markt. Aber der Bedarf nach Fachpersonal ist unbedingt da. Der Cyberwar macht die Ausbildung zum IT-Sicherheitsspezialisten zum Beruf mit Übernahmegarantie. Schlechte Zeiten für 007.